so hallo folgendes problem ich habe eine fritz box und da habe ich mir die näs also die näs funktion aktiviert da kann ich dann ja sozusagen eine festplatte anstöpseln und soll dann normalerweise das ganze als netzlaufwerk in windows verwenden können ja jetzt habe ich dann aber folgendes ausprobiert die ist ja dann unter oder soll unter dieser adresse hier erreichbar sein fritz.näs jetzt habe ich das ausprobiert und dann kam immer diese meldung hier die datei blablabla wurde nicht gefunden überprüfen sie die schreibweise wiederholen sie den vorgang ja da habe ich ganz schön rumgegrübelt in der fritzbox ja herumprobiert was man da eventuell was ich da eventuell falsch gemacht habe aber das problem es liegt nicht an der fritzbox sondern an windows windows 10 genauer und zwar ab einem bestimmten update ich glaube 1701 oder 1703 ab diesem update da fehlt nämlich etwas was das schauen wir uns jetzt mal an und zwar was fehlt ist support für samba 1.0 das problem hatte ich jetzt nicht nur wenn ich mich richtig erinnere bei der fritzbox sondern auch mit freeness da konnte ich dann auch nicht darauf zugreifen und erst nachdem ich das dann sozusagen aktiviert habe hatte ging das ganze dann ja was müssen wir jetzt tun wir öffnen das startmenü und geben einfach mal es ist ein da kommt hier dann systemsteuerung die gute alte systemsteuerung und da gehen wir hier auf programme und features so und anschließend auf windows features aktivieren und deaktivieren öffnet sich jetzt hier dieses fenster ich mache es mal ein bisschen größer da müssen wir runter scrollen bis wir dann hier was versuchen wir und zwar hier unten unterstützung für smb 1.0 datei freigabe klicken wir jetzt hier an und hier müssen wir das entweder aktivieren wir alles wobei das jetzt nicht unbedingt notwendig ist sondern nur das erste wir sind ja hier in dem fall nur der client wenn ich jetzt aber zum beispiel eine freigabe hier auf dem rechner habe und möchte offen von einem anderen gerät darauf zugreifen dann kann ich den server hier auch noch mit aktivieren das ganze mit ok bestätigen und dann werden die da wird das feature da installiert und jetzt müssen wir noch neu starten und danach wollen wir mal schauen ob das ganze auch dann funktioniert so neustart durchgeführt jetzt sind wir wieder da und jetzt probieren wir es gleich noch mal hier fritz.ness und siehe da ich kann jetzt hier darauf zugreifen ich kann da auch reingehen da sieht man jetzt hier das klappt jetzt also wenn man jetzt da probleme hat kann man mal checken ob das soweit richtig eingerichtet ist ansonsten falls es jetzt immer noch nicht klappen sollte kann es auch sein dass mit der namensauflösung probleme gibt da kann man dann einfach auch die ip-adresse dann hier verwenden da komme ich dann ebenfalls dahin genau das war's was ich zeigen wollte danke fürs zuschauen sage tschüss und auf wiedersehen euer Andy vom ekiwi-vlog